Rennen der Programmsagen habe ich ja bis jetzt mitbekommen, also man kann sich dort wirklich unterschiedlich ausdrücken. So, jetzt kommen wir aber mal zum Spiel. Das einzigste was mich hier stört, dass es diese dämlichen Verbindungsprobleme ständig gibt. Also beispielsweise, ich habe jetzt ein Rennen gemacht und dann werde ich aus der aktuellen Sitzung rausgehauen und werde in eine komplett neue gepackt. So ist es bei mir und dann kam irgendwann mal.